Borderline ist so ein Abrutschen in eine Psychose-Neurose. Ich kam zu Pflegeeltern und sei da schon mit dem Kopf gegen die Wand gerannt, einfach mich selber zu verletzen. Ich habe dann gedacht, die Leute irgendwie, die wollen was von mir. Wie so ein Verfolgungswahn, würde ich das heute sagen. Also ich habe eigentlich zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Perspektive gehabt. Und in dem Moment kommt mir der Gedanke, wenn ich jetzt über Bord fliege, es sieht aus wie ein Unfall. Kein Mensch kommt auf die Idee, dass es ein Suizid gewesen sein könnte. Sie ist ein aggressiver Teenager, lebt in verschiedenen Heimen und beginnt, sich selbst zu verletzen. Michaela Ströhes Leben ist schon früh ein Chaos. Mehrfach wird sie in die Psychiatrie eingewiesen, doch keine Therapie hilft ihr wirklich. Dabei ist das Einzige, wonach sie sich sehnt, Liebe und Annahme. Willkommen bei EF MenschGott. Hallo Michaela. Hallo Markus. Du warst jahrelang an Borderline erkrankt. Was ist das für eine Krankheit? Was ist Borderline? Borderline ist so ein Abrutschen in eine Psychose-Neurose. Wie hat sich das bei dir gezeigt? Naja, ich habe Sachen für, sagen wir mal, real gehalten, die eigentlich gar nicht real sind. Ich habe dann gedacht, die Leute irgendwie, die wollen was von mir, obwohl die gar nichts von mir wollten. Ich habe mich ständig angegriffen gefühlt. Das heißt, du bist brutal geworden oder gewalttätig? Oder wie würdest du das beschreiben? Gewalttätig. War das schon als Kind so bei dir? Also laut den Akten, die ich vom Jugendamt hatte, wo ich rausgelesen habe, hat es geheißen, ich kam zu Pflegeeltern und sei da schon mit dem Kopf gegen die Wand gerannt, einfach mich selber zu verletzen. Was hat dir das gegeben, wenn du sowas gemacht hast? Ich meine, das ist sehr, sehr früh als Kind. Kannst du dich erinnern, was du dann gefühlt hast, wenn du dich verletzt hattest? Ich würde es beschreiben, wie ein Ventil was platzt. Wie, ja, wenn ein Druck rausgeht. Damals, als du in der Pflegefamilie warst, ich meine, du warst ein kleines Kind, als du dort hingekommen bist. Wann hast du zum ersten Mal erfahren, dass das eine Pflegefamilie ist, dass du gar nicht dort aufgewachsen oder dort hineingeboren bist? Das war im Grundschulalter. Ich meine, ich hatte schon sehr früh immer Kontakt zu Therapeuten vom Jugendamt, da meine Pflegeeltern dort sich Hilfe geholt haben. Weil sie selber ja auch gar nicht wussten, welche Möglichkeiten hat man mit einem therapeutischen Ansatz, mit Betreuung, weil dann auch der Schulpsychologe gesagt hat, ich soll auf eine Förderschule, da ich für eine Regelschule nicht geeignet bin. Und meine Pflegemutter hat sich geweigert und hat gesagt, das Kind kommt auf eine private Schule. Und das war der Grund, warum ich dann in einer Konfessionsschule gelandet bin. Und dort ist es immer wieder vorgekommen, dass du Leuten begegnet bist und du hast das Gefühl, die wollen was von dir und du hast sie angegriffen. Wie so ein Verfolgungswahn würde ich das heute sagen. Ich habe immer gedacht, die wollen was von mir, also was Negatives von mir, obwohl eigentlich die gar nichts wollten. Die wollten einfach nur an mir vorbeilaufen. Und was hast du dann gemacht? Ich habe sie angeknurrt. Angegriffen? Angeschnauzt. Oder mal nach den Leuten geschlagen. Als Kind schon? Ja. Wie warst du insgesamt denn als Kind oder als Teenager? Schwierig. Aufgrund dessen daher, dass ich keine Liebe kannte, das nie kennengelernt habe, was Geborgenheit ist, was Annahme ist. Klar, wenn man natürlich als Säugling wegkommt von der Mutter wegen Kindswohlgefährdung und dann in einem Säuglingsheim aufwächst, anderthalb Jahre, das ist ja keine normale Entwicklung für ein Kind. Und wenn halt ein Mensch nur Negatives erfährt und auch nie Hilfe erfährt von einem Erwachsenen, der ihn eigentlich schützen sollte, dann ist das einfach die Reaktion, die natürliche Reaktion, sag ich mal, um sich selber zu schützen. Also Angriff, um Frieden zu haben für sich. Als du 13 Jahre alt wurdest, gab es einen Bruch in deinem Leben. Was ist da genau passiert? Auf der weiterführenden Schule, auf der ich war, also auch diese Konfessionsschule, waren ältere Kinder, zwei Stück, die haben mich gehänselt. Ich habe damals eine Brille gebraucht, habe damals stark geschielt. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt reicht es, ist der Korken geplatzt, dann habe ich zugeschlagen. Auf dem Schulhof, oder? Auf dem Pausenhof habe ich dann mich mit dem geprügelt. Einfach, um dem zu zeigen, hör zu, jetzt ist Schluss, jetzt ist eine Grenze erreicht, wo ich es nicht mehr mit mir machen lasse. Jetzt musst du halt damit leben, dass ich dir eine reinschlage. Wie hat die Schule reagiert? Es gab natürlich dann Gespräche. Eigentlich auch mit dem Ergebnis, dass meine Pflegeeltern selber gesagt haben, die können nicht mehr, die sind am Ende ihrer Kräfte. Und dann kam eigentlich nur noch der Weg, dass ich ins Kinderheim kam. Also mit 13 bist du dann ins Kinderheim gekommen. Aber hättest du nicht auch zu dem Zeitpunkt dann auch in dem Alter sagen können, ich will zu meiner leiblichen Mutter? Ich hatte die Anfrage ans Jugendamt gestellt. Und das Jugendamt hat aber auch gesagt, wir warten damit noch. Und dann eines Tages wurde ich ans Büro gerufen vom Erzieher, also Dienstzimmer. Und dann hat es geheißen, ja, das sei ein Brief vom Jugendamt gekommen. Meine leibliche Mutter würde mich gerne kennenlernen. Wie alt warst du damals? 14, 15, 16? Ja, so 14, 15. Eigentlich eine gute Nachricht, ne? Ja, habe ich erst auch gedacht. Weil ich weiß nicht, wie das jetzt anderen Leuten geht oder Kindern geht, die wegkommen von der Familie. Ich habe irgendwie immer gedacht, es sei alles ein Missverständnis, dass ich weggekommen bin. Die haben mich verwechselt, was weiß ich, keine Ahnung. Daheim sitzt, Tränen überströmt, was weiß ich, gekrämt. Die leibliche Familie und hach, wo ist meine Tochter? So, großer Munde Pilcher ist jetzt da mal gar nichts dagegen. Bis ich dann am besagten Tag mit einer Erzieherin dorthin gefahren bin und einen Kulturschock meines Lebens bekommen habe. Zwei völlig verschiedene Welten. Bei meiner Pflegefamilie, der Vater hat an der Universität gearbeitet. Die Pflegemutter Säuglings- und Kinderkrankenschwester. Es gab noch einen sechs Jahre älteren Sohn, ein eigenes Kind. Das heißt, ich hatte dort alles. Ich hatte Unterstützung, sei es therapeutische Unterstützung, sei es in der Schule durch Nachmittagsunterricht, Nachmittagshilfe. Und dann dieser andere kulturelle Einschnitt von den leiblichen Eltern. Wie hast du das erlebt? Das heißt, du hast da an der Tür gestanden, geklingelt? Und was passiert denn da? Mit der Betreuerin, ja. Erstmal schon, das war das Heranfahren, das Herankommen an dieses Viertel, wo ich gedacht habe, ich bin im falschen Film. So was kenne ich jetzt von Hörensagen. Amerika, da gibt es Ghettos, da gibt es runtergekommene Häuser. Viertel, das gibt es tatsächlich in Deutschland auch. Das war richtig runtergeranzt, sozial schwache Gegend. Eine Zwei-Zimmer-Wohnung, wo dann der Opa drin gelebt hat. Mit meiner leiblichen Mutter und meinem Halbbruder. Und ein Vogel war auch noch da. Das heißt, du bist da reingekommen, hast diese Zwei-Zimmer-Wohnung gesehen. Was hat das mit dir gemacht? Eigentlich hast du gehofft, Rosamunde Pilcher, es wird schön. Ja, nein, war es aber nicht. Dann hat sich auch herausgestellt, dass meine leibliche Mutter, wie soll ich das ausdrücken jetzt, ja, ich habe einfach gemerkt, wo ich mich mit ihr unterhalten habe, dass da nicht viel da war, intellektuell. Also da war, sie ist eine sehr, sehr einfach gestrickte Frau gewesen. Ich war dann noch ein zweites Mal da. Und da ist allerdings dann das so passiert, dass ich meinen Halbbruder verschlagen habe. Wie genau? Das heißt, du bist reingekommen und hast ihn gesehen? Also meine Mutter hat zu ihm gesagt, er soll sich fertig machen, er soll sich waschen. Das hat er halt nicht gemacht und ich habe gesagt, er soll jetzt das tun, was seine Mutter ihm sagt. Dann hat er sich geweigert und dann habe ich ihm eine klatscht. Und das war dann für dich der Moment, wo du gesagt hast, hier muss ich nicht mehr bleiben? Nee. Zumal der Opa kommt nach Hause, kommt rein, ich ziehe das Genick ein, weil ich gedacht habe, jetzt kriege ich eine drauf. Er läuft an der ganzen Situation vorbei, guckte nur so, läuft weiter, setzt sich vor den Fernsehen. Und da habe ich gedacht, ich bin im falschen Film. Der hat auf den Boden geguckt, weil da dein Bruder lag? Ja, genau. Aber für dich war klar, hier raus und das war es dann? Ja. Okay, du bist zurück ins Heim dann. Mit 16 Jahren bist du in ein Programm für verhaltensauffällige Jugendliche gekommen. Kannst du ein bisschen davon erzählen, was da passiert ist, was du da erlebt hast? Ja, also in dem Programm waren hauptsächlich Jugendliche, die auch vom Richter dazu verknackt wurden. Weil der Richter halt sagt, okay, Resozialisierungsmaßnahme, damit man dort einfach lernt, miteinander umzugehen, mit den Konflikten umzugehen, die Konflikte miteinander zu klären. Weil wenn ich jetzt auf einem Schiff bin, kann ich nicht sagen, dritte Welle links, ich bin mal weg, ich seile mich mal ab. Also man muss dann wirklich schon das, wie sagt man so schön, konstruktiv lösen. Das konstruktiv lösen sah in der Realität so aus. Die einen haben Drogen genommen, die anderen haben getrunken, die anderen haben sich geschlägert. Wo ich aber wiederum auch gedacht habe, so schlimm ist das gar nicht. Ich weiß ja, wie man zuschlägt. Das heißt, du hast immer wieder noch? Also ich habe einfach geguckt, dass ich auch meine Arbeit mache. Von meinen Pflegeeltern bin ich so erzogen worden. Disziplin und dass man einfach seine Arbeiten macht, die man aufgetragen bekommt. Ja, ich habe Sozialisierung mitbekommen. Gab es einen Moment auf dem Schiff, wo du wirklich nachgedacht hast, wie geht es jetzt weiter? Was passiert, wenn ich wieder in Land bin? Oder gab es irgendwelche Momente, die ganz besonders für dich waren? Ja, ich habe halt damals auch gedacht, was soll ich hier? Was mache ich hier überhaupt? Ich bin jetzt auf irgendeinem Schiff, auf irgendeinem Meer. Weit weg von Deutschland. Also ich habe eigentlich zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Perspektive gehabt. Dann hatten wir Manöver. Das waren Sturmmanöver, all hands on deck. Ich bin halt dann auch hoch, von der Koje hoch an Deck. Und in dem Moment kommt mir der Gedanke, wenn ich jetzt über Bord fliege, es sieht aus wie ein Unfall. Kein Mensch kommt auf die Idee, dass es ein Suizid gewesen sein könnte. Das heißt, du hast darüber nachgedacht, dich umzubringen? Ich habe auch schon den Schritt gemacht. Auf die Reling zu? Ja, ich meine daher, dass das ja ein Sturmmanöver war, war das ja eh eigentlich eine Leichtigkeit, sich fallen zu lassen. Also da hat jetzt viel dazu gehört, dass ich jetzt springen, aktiv springen muss. Ich muss eine Welle abwarten, lass mich fallen, Thema erledigt. Okay. Und dann, was passierte dann? Ehe ich mich versehen habe, hat mich der Bootsmann an der Hüfte gepackt, dann an der Hose gepackt und hat gesagt, halt, hier geblieben. Der hat das gespürt? Ja, der hat halt gesehen, dass ich über Bord falle. Von dem Suizid, also von dem Versuch hat er nichts mitgekriegt. Der dachte wirklich, das sei ein Unfall. Und in den Tagen danach? Ich meine, du hast überlebt. Hast du nochmal darüber nachgedacht, was du gerade vorhattest? Ich dachte, da muss ich halt warten. Mit 25 bist du dann fast ein halbes Jahr lang stationär in eine Klinik eingewiesen worden. Ja. Ich war damals auch in psychologischer Behandlung, also beim Psychiater in Behandlung. Und der hat gesagt, es geht nicht mehr jetzt? Ich habe mich auch dann, ich habe mich auch, ja, stark selber verletzt. Beziehungsweise das kam dann eigentlich über den Rettungsdienst. Ich kam ins Krankenhaus, die haben mich zusammengenäht. Und dort wollte ich noch ab durch die Tür, was aber die dann verhindert haben. Und haben mich dann mit dem Krankentransport in die Klinik gebracht. Wegen Suizidgefährdung? Ja. In dieser Klinik, in diesem quasi halben Jahr, hast du den Schock deines Lebens erlebt. Kannst du davon erzählen, was das war? Ja, es war eine Therapiestation, also eine offene Station. Weil bei mir war die akute Phase vorbei, wegen der Suizidgefährdung. Und dort haben wir dann einen gefunden, einen Mitpatienten gefunden, der sich erhängt hat. Du hast ihn gefunden? Mit einer Bekannten, also die dort auch Patientin war. Das heißt, du bist ins Zimmer gekommen? Und er hing im Wandschrank. Was hat das mit dir gemacht bei diesem Anblick? Ich dachte nur, okay, gut, einer weniger. Konntest du mit irgendjemandem darüber reden? Wie hast du das dann verarbeitet? Erstmal gar nicht. Wäre nicht eine Reaktion für dich gewesen, ja, jetzt bringe ich mich auch um, hat sowieso alles kein Sinn? Nee, das war in dem Moment, wie, ich weiß nicht, wie wenn ich eine Keule abgekriegt hätte. Ich bin dann nur noch wie im Nebel rumgelaufen. Ich habe das versucht, auf die logische Art und Weise zu verarbeiten. Was machen die jetzt mit der Leiche? Wann gibt die Staatsanwaltschaft die Leiche frei? Also, ich habe mich versucht, hinter so logischen Fragen irgendwie zu verstecken, um keine Gefühle zuzulassen. Gab es denn eine Ansprechperson, wo du dann mal ins Gespräch kommen konntest, wie es dir wirklich geht? Also, ich hatte einen Bezugspfleger dort. Der saß dann nur bei mir. Und der hat alles verbal abgekriegt. Warum lässt Gott es zu? Da war ich dann nachher, dann habe ich gesagt, warum lässt Gott den ganzen Mist zu? Was soll das hier überhaupt? Weil wenn man ein halbes Jahr in der Psychiatrie ist, da kriegt man einiges mit. Die Problematik, die andere Patienten haben, gibt es zig verschiedene Sachen, warum Menschen in eine Psychiatrie gehen. Und wenn man denkt, man lebt eigentlich in einer Gesellschaft, wo nach außen hin es einem gut geht. Man hat ein Auto, man hat ein Haus, man hat eine Arbeit, eine Familie, man hat Hobbys. Also scheinbar geht es den Leuten gut, aber trotzdem haben die so Probleme, Schmerzen, Verletzungen, dass sie in der Klinik sind. Und das hast du Ihnen alles gefragt? Ich habe ihm alles an den Kopf geworfen, was mir so eingefallen ist. Vor allem die Frage auch, warum lässt Gott das zu? Was soll das eigentlich? Ich war eine kurze Zeit selber Messdienerin und dann irgendwann dachte ich, was mache ich hier eigentlich? Ich laufe jeden Sonntag von A nach B die gleiche Strecke, die gleiche Handlung. Und ich habe Gott dort in der Kirche halt nicht erfahren, nicht erlebt. Und dann ist klar, dass du den Pfleger fragst? Das war dann später in der Klinik, ja. Der hat es halt dann abgekriegt. Was hat der geantwortet? Hat er der Antworten überhaupt? Nee. Das war aber der erste Mensch, der zugehört hat und der nicht gesagt hat, ja, sowas fragt man nicht, sowas sagt man nicht. Das heißt, du bist immer wieder zu dem gekommen und hast ihm deine Fragen genau gesagt? Ja. Hast du auch mal Antworten bekommen auf diese Fragen? Da nicht wirklich. Ich glaube, der hat einfach gespürt in dem Moment, ich brauche einfach nur eine Person, die zuhört. Nicht so sehr jetzt mit Argumenten ums Eck kommt, sondern die zuhört einfach. Mir das Gefühl gibt, da ist das erste Mal jemand da, der mir zuhört. Als dieser Klinikaufenthalt zu Ende war, da war ja auch einmal der Pfleger weg. Ja. Hast du dir diese Fragen dann weiterhin gestellt? Dann war erst mal so eine Pause. Ich war ja dann bei meinem damaligen Verlobten, habe halt da weiter vor mich mein Leben hingewurschelt, bis ich eines Tages auf einen Aushang stoßen bin, auf ein Plakat gestoßen bin, wo dann drauf stand, neu anfangen. Du kannst dich sehr gut daran erinnern. Warum hat dich das angesprochen, dieser Satz, neu anfangen? Weil ich gedacht habe, neu anfangen, das hört sich ja gut an. Das heißt, ich lasse das Alte hinter mir. Ich habe die Chance auf etwas komplett Neues. Was war das für ein Plakat? Das, ich vermute mal, das war überkonfessionell. Jedenfalls ging es darum. Man konnte dort eine Gruppe besuchen, wo dann aktiv auf die Fragen eingegangen wurde mit Jesus. Warum Jesus? Warum Gott? Warum das Leid? Und all diese ganzen, deine Fragen? Genau. Bist du da hingegangen? Ich bin da hingegangen. Und wie war das für dich? Es war interessant, zumal ich dort das Ehepaar, also die das geleitet haben, da habe ich das erste Mal erfahren, dass jetzt mich niemand verurteilt. Für das, wie ich rumlaufe, wie ich aussehe, wie ich mich gebe. Und der Kurs, sagst du, war aber, oder war das ein Kurs? Oder das war auf jeden Fall zeitlich begrenzt? Genau. Und nachdem das Ding vorbei war, wie ging es dann weiter? Dann habe ich halt wieder mein Leben vor mich hingelebt. Bis ich dann, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie das zustande kam, aber ich habe dann einen Alpha-Kurs besucht, wo Themen bearbeitet wurden. Also das fing an mit einem Essen. Dann gab es ein Thema und dann hat man sich in kleinen Gruppen getroffen und konnte dann über diese Themen sprechen. Also das ist Alpha-Kurs? Genau, das war dann was anderes. Das war dann eine Zeit drauf. Wusstest du, was auf dich zukommt? Ich wusste nur, da geht es um den Glauben. Und das war interessant für dich? Ja. Daher, dass ich mich halt auch interessiert habe damals für die übernatürliche Welt. Ja, in dem Alpha-Kurs ging es ja auch darum, das Thema, dass Jesus heute noch heilt. Und dann dachte ich, okay, gut, ich weiß, ich gehe zum Arzt, ja, aber Jesus heilt, okay. Nach dem Alpha-Kurs hatte man die Möglichkeit, dort sich auch in einer Gruppe anzuschließen, jede Woche, die sich jede Woche getroffen hat. Dann war ich der Meinung, ja, das würde mir eigentlich ganz gut tun und habe diese Gruppe regelmäßig besucht. Wegen des Thema Heilung? Nee, allgemein wegen dem, also mit Jesus, weil ich da dann gespürt habe, da bist du angenommen. In der Gruppe, da bist du einfach angenommen. Dann muss ich nicht irgendwas tun oder machen, um jemand zu sein, sondern da bin ich einfach angenommen, einfach halt, weil ich da bin. Und als im Jahr drauf dann der Aufruf kam, die suchen Mitarbeiter für diesen Alpha-Kurs, habe ich mich gemeldet für Küchenmitarbeit. Und da hatte ich dann auch so die erste Selbstbegegnung mit diesem Thema Heilung. Erzähl, was war das? Ja, ich bin einer Frau begegnet, die war völlig aufgelöst, in Tränen, lief sie auf den Gang rum und heulte. Und dann habe ich gedacht, ja, was machen die da mit den Leuten, dass die da auf den Gang rumspringen und heulen. Dann wurde mir erklärt, drinnen wird für kranke Leute gebetet. Ihr könnt ja mal reinschauen. Dann denke ich, naja, okay, warum nicht, guckst mal rein. Hatte damals sehr starke Rückenschmerzen, wo auch ein Arzt nichts machen konnte. Außer halt, okay, nimm Schmerztabletten. Dann dachte ich, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich gehe hin oder ich gehe nicht hin. Und wenn ich hingehe, habe ich nochmal zwei Möglichkeiten. Entweder es passiert was oder es passiert halt eben nichts. Dann bin ich zu einem Team hingegangen von zwei Frauen, die dann gebetet haben für mich. Und mit einem Schlag waren die Schmerzen weg. Und du warst gesund? Rückenschmerzen waren weg? Ja. Mit einem Schlag waren die weg. Was hast du damit gemacht, dass auf einmal Heilung passiert ist? Was ich erst gemacht habe? Ich habe, glaube ich, ziemlich irritiert geguckt. Aber du bist jetzt nicht heulend auf dem Gangrund gelaufen. Ja, das kam dann später, als die eine Frau, die für mich gebetet hat, die hat einen Gesichtsausdruck drauf gehabt, dass sie gedacht hat, die hebt gleich ab. So, ich weiß nicht, wie nicht von dieser Welt so richtig. Die hat was ausgestrahlt. Und dann auf einmal sagt sie zu mir, sie hat den Eindruck, wie wenn Jesus zu mir sagt, Jesus liebt dich. Das heißt, du hörst auf einmal, Jesus liebt mich? Ja. Und es ist, wie wenn in mir ein Knoten geplatzt ist. Das war, wie wenn man aus einer Sektflasche den Korken rauszieht. Ich habe losgekollt. Das war die Liebe und Annahme für dich? Der Satz? Das erste Mal, wo ich das wirklich gespürt habe, ohne Hintergedanken. Ohne dieser Gedanke hintendran, ich sage das dir halt, weil ich was will von dir. Das war schön für dich? Ja. Gut, der Abend ist jetzt vorbei. Wie ging es dann für dich weiter? Ich bin weiterhin dorthin gegangen, weil ich ja, wie gesagt, Mitarbeiterin in der Küche gewesen bin. Eine Woche später drauf, habe ich nochmal so eine Anwandlung gehabt, mich im Halsbereich zu verletzen mit der Rasierklinge. Das heißt, das Borderline-Syndrom kam wieder zurück? Ja. Das war ein Rückfall? Ja. Kannst du das einordnen, was da gerade passiert in dem Moment? Ich hatte es in mir so, das war in mir wie so eine Streiterei, so eine Auseinandersetzung mit, ja, das wäre doch viel zu schön, um wahr zu sein, dass dich jetzt jemand angenommen hat, dass dich jetzt jemand liebt. Das stimmt ja gar nicht wirklich. Das ist wie das, was du bisher auch erlebt hast. Du wirst da nur ausgenutzt und, und, und. Und ich habe aber irgendwie gespürt, irgendwas ist da dran. Und dann bist du ins Badezimmer geraten, hast du Rasierklinge genommen oder wo hast du die hergehabt? Die habe ich daheim rumliegen gehabt, wie andere Leute, ihre Limoflaschen. Und was ist dann passiert? In dem Moment denke ich, jetzt langsam, habe dann einen Mitarbeiter von der Kirchengemeinde angerufen, der dann gesagt hat, ich soll gleich zu ihm ins Büro kommen. Und dann hat er gesagt, Micha, hör zu, es geht darum, dass du eine Entscheidung einfach triffst für Jesus. Weil es ist ja nicht damit getan, dass ich jetzt in eine Kirchengemeinde gehe. Ich werde auch nicht zum Auto, nur weil ich in der Garage stehe. So. Und dann habe ich gedacht, okay, alles andere hat ja nicht funktioniert. So wie 3 bis 3, 6 ist, habe ich gedacht, okay, wenn Jesus das ist, was mir hilft, dann mache ich das. Und was hast du gemacht? Ich habe mit ihm einfach ein Gebet gesprochen. Danke, Jesus, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Dass ich durch dich Sündenvergebung habe, dass ich jetzt neues Leben haben kann durch dich. Und das war es? Völlig emotionslos. Und dann bist du raus und dann hast du danach irgendwas erlebt oder gefühlt, wenn du warst, emotionslos? Gefühlt habe ich erst mal gar nichts. Ich bin halt nach Hause gelaufen. Das hat sich so nach und nach eingestellt, dass ich dann gemerkt habe, da hat sich was verändert. Was hatte sich denn jetzt verändert? Ich bin ruhiger geworden. Also ich war nicht mal so nervös. Und hatte dann auch eher die Gewissheit, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Und ich muss nicht mehr für mich selber kämpfen. Nicht mehr selber gucken, dass ich zu meinem Recht komme. Ich muss mich nicht mehr selber verteidigen. Und dieser innere Kampf, der dich dann zur Rasierklinge gebracht hat, war der noch da? Teilweise. Und ich kam dann, also ich war ja in dieser Kirchengemeinde, habe aber dann über ein Seminar eine andere Gemeinde kennengelernt, bei der ich jetzt auch bin seit 20 Jahren. Und die Pastorin hat mich begleitet. Ein Jahr sehr intensiv begleitet. Je nachdem, was halt Gott ihr gezeigt hat, das hat die dann gemacht. Entweder jetzt Gebet für Befreiung, Freisetzung. Oder Bibelstellen, wo ich meinen Sinn erneuern muss. Also es fällt jetzt nicht so vom Himmel. Schön wär's, drive in. Nee, aber ich habe dann einfach gemerkt, da hat sehr, sehr viel sich einfach verändert, indem ich innere Heilung erfahren habe oder auch körperliche Heilung erfahren habe. Kannst du mir ein Beispiel nennen oder erzählen, wie du das erlebt hast, dass du auf einmal heil wurdest? Ja, genau, da fällt mir jetzt gerade ein, dieses Trauma, was ich hatte, wo ich den Toten gefunden habe. Ich konnte keine Männerbeine angucken. Wenn ich Männerbeine gesehen habe, bin ich davon gesprungen. Also ich meine behaarte Männerbeine. Ich saß dann eines Tages bei uns in der Gemeinde im Kreis, bin in die Hocke gegangen, weil ich mit der Pastorin was sprechen wollte. Guck auf den Mann, der neben ihr saß, Schorts, behaarte Beine und in dem Moment habe ich gespürt, ich kann die Beine angucken, ohne schreien, den Raum zu verlassen. Und das ist das erste Mal, seitdem du diesen Toten gefunden hast, der sich erhängt hatte? Ja. War diese Assoziation weg? Du warst frei? Ja. Und das andere war mit dem Thema Nachtblind. Ich habe meinen Führerschein gemacht, musste zum augenärztlichen Gutachten gehen. Dann hat es geheißen, okay, Nachtblindheit, ich darf nachts kein Fahrzeug führen. Dann habe ich mich bei Gott beschwert und habe gesagt, das kann jetzt nicht wahr sein. Du ermöglichst mir, das einen Führerschein zu machen. Jetzt darf ich nachts nicht fahren. Gemeinde, nachts ist dunkel. Was soll ich denn machen? Heimlaufen. Dann wurde gebetet. Ich habe Gott gedankt. Und irgendwann war der Zeitpunkt, wo ich gespürt habe, jetzt gehe ich noch einmal zum Doktor. Dann haben die die Untersuchung gemacht, also ein erneutes Gutachten, und haben festgestellt, Nachtblindheit ist nicht mehr vorhanden. Das heißt, du kannst jetzt normal Auto fahren? Ja. Gehst du eigentlich immer so mit Problemen um jetzt? Immer, sag doch das Wort Gottes, all eure Sorgen wirft auf ihn. Und das machst du? Ja. Und ist diese Borderline-Erkrankung jetzt weg, oder wie sagt man das? Das ist weg, ja. Du bist geheilt? Ja. Ich habe halt einfach das erlebt, dass Jesus neu macht. Borderline weg? Und wenn jetzt Probleme kommen, also richtig deftige Probleme, wie gehst du damit um? Es gibt Probleme, wo ich gemerkt habe, die lösen sich relativ schnell, und dann gibt es Probleme, da muss ich einfach Geduld haben. Aber durch die Kraft, die ich habe, durch Jesus, stehe ich das durch. Weil ich stehe das ja nicht allein durch. Weil Jesus ist ja, ich meine, ist ja auferstanden, ist ja die Kraft der Auferstehung. Dankeschön, Michaela. Schön, dass du heute hier warst. Ein befreites neues Leben, das hat Michaela Ströhe bei Jesus gefunden. Sehnst du dich auch nach einem Neuanfang? Bei Gott ist das jederzeit möglich. Er geht mit jedem Menschen einen individuellen Weg, behutsam und Schritt für Schritt. Und er will auch dich begleiten. Wenn du dazu Fragen hast, dann schick uns eine Mail oder kommentiere unter diesem Video. Und wenn dir die Sendung gefallen hat, freuen wir uns über dein Like und dein Abo. Tschüss und bis gleich. Tschüss und bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020